Vertragsunterzeichnung im Verwaltungsgebäude. Stadtsparkassenchef Ralf Fleischer und Olympiaparkchefin Marion Schöne besiegeln offiziell die neue Partnerschaft. Beide freuen sich nun auf eine spannende Zusammenarbeit. Wir haben das sehr gut gefunden, weil hier glaube ich zwei traditionelle Institutionen Münchens zusammenfinden. Der Olympiapark auf der einen Seite, der natürlich bei den Münchnerinnen und Münchern eine große Bedeutung hat. Hier finden viele Veranstaltungen statt, sportliche Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Messen, Ausstellungen. Und auf der anderen Seite die Stadtsparkasse, die jetzt 194 Jahre alt ist, glaube ich auch ein ganz traditionelles Unternehmen der Stadt. Und ich denke, dass man diese beiden Institutionen sehr schön miteinander verbinden kann. Jährlich besuchen etwa vier Millionen Menschen die rund 400 Veranstaltungen im Olympiapark. Allein im Olympiastadion wurden seit der Eröffnung bislang über 50 Millionen Besucher gezählt. Der Olympiapark braucht aus dem Grunde Sponsoren, dass wir uns ein gewisses Budget schaffen müssen, mit dem wir frei agieren können. Indem wir einfach auch mal das ein oder andere ausprobieren können. Also ich nenne ein konkretes Beispiel. Die Bewerbung für die Handball WM 2019 ist beispielsweise aus diesen Mitteln finanziert worden. Das heißt, wir können einfach auch mal was ausprobieren, brauchen da jetzt auch nicht dann große Zustimmungen, belasten auch natürlich nicht das Budget des Steuerzahlers damit. Und haben einfach die Möglichkeit, das eine oder andere hier im Park zu machen, was wir sonst unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht machen könnten. Vor allem die Kunden der Stadtsparkasse München werden nun von der neuen Partnerschaft mit dem Olympiapark profitieren. Es gibt einige Vorteile, die wir in der gemeinsamen Zusammenarbeit entwickelt haben. Zum Beispiel können Kunden unseres Hauses hier Zeltdachführungen im Olympiapark durchführen. Wir werden einige Veranstaltungen natürlich auch unterstützen, wo wir dann die Möglichkeit haben, auch vergünstigte Eintrittskarten zu bekommen, Freikarten auch zu bekommen, die wir natürlich dann an unsere Kunden weitergeben wollen. Wir werden hier im Gelände auch einen Geldautomaten installieren, sodass auch unsere Kunden hier kostenlos im Olympiapark dann Geld verfügen können. Und wir werden natürlich auch weitere Dinge uns überlegen. Zurzeit sind wir in Gesprächen, ob der Olympiapark auch Teilnehmer an unserem München Vorteil wird. Das hätte für unsere Kunden, die mit der Sparkassencard hier bezahlen, Rabatte bekommen können auf Eintrittspreise, auf die Verzehrung, die sie hier vornehmen. Zur weiteren großen Partnern der Stadtsparkkasse München gehören außerdem der Tierpark Hellerbrunn, die Münchner Symphoniker sowie das Tollwood-Festival.